Dynamo TV wird präsentiert von Verticales und Hamburger Personenauffangnetze. Hallo und herzlich willkommen zur virtuellen Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen den SV Meppen. Hier vorne auf dem Podium in der AOK Plus Walter Fritsch Akademie begrüße ich unseren Cheftrainer Markus Kurzinski und unseren Allrounder, muss man jetzt sagen, Offensiv Allrounder, muss man streichen, Allrounder, Ransford Jeboa Königsdörfer. Markus, die erste Frage zu Beginn geht wie immer an dich. Hol uns bitte kurz ab, wie ist es um dein Personal bestellt und auf wen musst du aller Voraussicht nach gegen Meppen verzichten? Ja, hallo da draußen zum Personal. Max Kulke ist rot gesperrt, Chris Löwe, Justin Löwe verletzt, bekannt, Lukas Storr bekannt, Pascal Sohm bekannt. Letztere sind im Aufbautraining. Wir hoffen, dass sie Mitte der Woche richtig einsteigen können. Wir steigern langsam, machen das Aufwärmen bereits mit. Robin Becker trainiert noch isoliert. Da werden wir am Anfang der Woche noch eine MRT-Untersuchung machen, um sicher zu sein, dass er auch wieder einsteigen kann. Steht aber auch nicht zur Verfügung. Simon Gollnack die Woche an der Grippe laboriert. Geht es jetzt besser? Klar, er ist im Moment bei der A-Jugend. Ob er dann aber einsatzfähig dort ist, das weiß ich nicht. Und Marco Hartmann steht wieder zur Verfügung. Hat die Woche komplett durchtrainiert und wird auch mit dem Kader stehen. Da ich ja sowieso niemanden habe, den ich streichen muss. Gib uns noch einen kurzen sportlichen Ausblick. Was erwartet dich und deine Mannschaft mit Meppen am Samstag in Dresden? Ja, Meppen hat das letzte Spiel gewonnen. Es ist eine spielstarke Mannschaft. So wie das, was man über alle Drittligisten sagen kann, kann ich über Meppen sagen. Dass sie auch kämpfen können, spielen können. Dass sie uns alles abverlangen werden. Ansonsten gilt der Fokus ganz klar uns selber. Wir wissen, dass wir gefährlicher werden müssen. Dass wir im letzten Drittel und in diesen Entscheidungen zwingender werden müssen. Das war Thema die Woche. Wir haben in Unterzahl das nicht schlecht gemacht. Haben, glaube ich, den Ausgleich verdient gehabt. Uns dieses Tor leider nicht geholt. Und jetzt gilt es gegen Meppen. Ja, man kann sich nichts wiederholen. Aber es gilt jetzt einfach voller Energie, gegen Meppen zu spielen und sich die drei Punkte hier zu Hause zu holen. Da kommt man nicht drum rum. Das ist jetzt Pflicht da, drei Punkte zu holen. Markus, danke dir zum Einstieg in unserem kleinen TV-Studio, muss man ja sagen. Keine Pressekonferenz mehr in klassischer Form, sondern ein kleines TV-Studio. Vielen Dank, dass die Übertragung so gut läuft. Renzi, deine erste Pressekonferenz. Wie fühlt es sich an? Wenn man hier vorne sitzt als Fußballprofi und mit dem Cheftrainer und dem Pressesprecher Fragen beantworten muss vor einem Pflichtspiel in der dritten Liga? Ja, es ist schon relativ ungewohnt. Es ist jetzt mein erstes Mal. Zu meinem Glück sitzt jetzt keiner hier. Da muss ich nicht so aufgeregt sein. Aber es ist halt ungewohnt. Es ist auch nicht alle Tage, aber es fühlt sich gut an. Bis jetzt. Du bist ja auch ein lockerer Typ. Du hast heute zur Freude des Vereins deinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr verlängert. Von 2022 bis 2023 bleibst du uns also länger erhalten. Was waren die Gründe und wie sehr freust du dich darüber? Ja, ich bin sehr glücklich darüber. Also ich fühle mich wohl in der Mannschaft, in Dresden. Alles ist eigentlich, also insgesamt alles top. Ich, ja, ich fühle mich wohl hier. Was soll ich dagegen sagen? Also ich folge meinem Herzen, Bauchgefühl. Ja. Das ist ja auch schon eine ganze Menge. So, dann vielen Dank auch dir für den Einstieg in die Pressekonferenz. Die Kolleginnen und Kollegen daheim haben sehr, sehr viele Fragen vorab zugeschickt. An uns alle drei hier vorn auf dem Podium. Ich versuche das alles zu sortieren, wenn ich irgendwie eine Frage oder Fragen vergesse, weil ich versuche, die schon so ein bisschen zu sortieren, dass wir uns inhaltlich nicht zu sehr doppeln, weil sich manches überschneidet. Wir fangen mal mit den Fragen von Sven Geißler, der Sächsischen Zeitung an. Da sind einige an mich gerichtet. Es ist zwar ein bisschen seltsam, wenn man sich selbst Fragen stellt, aber in diesen wilden und verrückten Zeiten muss alles möglich sein. Ich gehe mal wie folgt vor. Die erste Frage ist von Sven Geißler. Wie kommentiert der Verein die erneuten Geisterspiele? Wir müssen das respektieren. Das ist die alles entscheidende Antwort. Dass wir uns nicht darüber gefreut haben, ist klar. Wir haben Anfang der Woche ein Interview mit unserem Interimsgeschäftsführer Enrico Cabos veröffentlicht, der für den kaufmännischen Bereich zuständig ist. Was das für den Verein bedeutet, haben wir dort ausführlich dargelegt. Was das für ein immenser Schaden ist, der da entsteht. Aber Fakt ist auch, es betrifft nicht nur den Fußball, es betrifft viele andere Sportarten wie in Dresden, Volleyball, Eishockey oder Handball. Und die komplette Kultur- und Eventbranche liegt seit Monaten flach. Also wir müssen das respektieren. Wir freuen uns nicht drüber. Wir sind davon überzeugt, dass wir ein tolles Hygienekonzept entwickelt haben. Wir glauben auch, dass die Infrastruktur von Fußballstadien ideal dafür geeignet ist, um Laborbedingungen zu schaffen. Dass Menschen sich nicht anstecken, haben wir bewiesen. Das hat uns das Gesundheitsamt auch dokumentiert. Es ist keine einzige Infektion indirekt oder direkt bekannt geworden, die im Zusammenhang mit den Heimspielen steht, die wir in dieser Saison durchgeführt haben, wo viele tausende Menschen in unserem Stadion waren. Jetzt springen wir mal ein bisschen inhaltlich zu dir, Markus. Die nächste Frage kommt wieder von Sven Geisler. Wie kommentieren Sie den Beschluss, die Zuschauer wieder komplett auszuschließen? Baut so ein bisschen darauf auf, was ich gerade gesagt habe. Ja, kann ich mich nur anschließen. Und ich habe es ja auch schon kommentiert, dass wir Teil der Gesellschaft sind, dass wir dementsprechend auch da eingeordnet werden. Der Rest ist den Fachleuten überlassen. Da wird jetzt heiß diskutiert und nicht nur im Fußball, sondern auch in der Gastronomie und in anderen Bereichen. Warum welche Bereiche geschlossen sind und andere Teilbereiche noch funktionieren dürfen. Da haben wir letzten Endes keinen Einfluss drauf. Diese Diskussion, dass im Fußball die Ansteckung bisher nicht da gewesen ist, da man ja auch im Freien ist, die gibt es, die ist da. Aber letzten Endes werden wir darauf keinen Einfluss haben. Wir müssen das so akzeptieren, müssen das Beste für uns draus machen und natürlich hoffen, dass es schnellstmöglich vorbei ist, einfach aus stimmungstechnischen Gründen. Aber natürlich auch aus finanziellen Gründen, so wie dargelegt, geht es natürlich irgendwann auch um die Existenz. Kann sich dadurch mittelfristig gesehen der Charakter des Spiels sogar verändern? Man fragt wiederum Sven Geisler und wenn ja, wie? Ja, ich glaube schon, dass man das sogar ein bisschen gemerkt hat. Ich glaube, dass an der Intensität und an diesem Druck, den die Zuschauer nun mal machen, wenn 30.000 Leute da sind, ist das schon anders. Und man hat auch die 1.000 Leute in Lübeck gemerkt, wie die uns Druck gemacht haben. Ich glaube, dass sich das Spiel ein bisschen verändert, dass die letzte Intensität, das letzte Tempo möglicherweise nicht immer da ist. Die Zuschauer tragen da einen großen Teil dazu bei. Ich glaube schon, dass sich das sogar schon verändert hat. So, dann wieder eine Frage an mich selbst von Sven Geisler. Welche Maßnahmen werden gegebenenfalls über die bereits bestehenden hinausgetroffen, um Mannschaft und Mitarbeiter zu schützen? Die Antwort darauf lautet, das Gebot der Stunde ist, Abstand zu halten. Und Kontakte zu minimieren und das, soweit es geht. Das gilt sowohl für jeden Angestellten des Vereins, aber auch für die Profis, für den Trainerstab, für jeden, der am Spieltag arbeitet. Wir haben da auch in dieser Woche unter der Überschrift Infektionsschutz geht uns alle an, alle Maßnahmen dargelegt, die wir hier beispielsweise in der Akademie, in der Walter-Fritz-Akademie umgesetzt haben. Wir haben uns da neu sortiert. Wir sind da nochmal in uns gegangen, mit aller Konsequenz, um das Ansteckungsrisiko für jeden Einzelnen auf ein Minimum zu reduzieren. Aber logischerweise, jeder von uns ist Teil dieser Gesellschaft, geht einkaufen, hat Kinder, hat nahe Verwandte. Und das Risiko auf null zu minimieren, ist unmöglich. Aber wir geben unser Bestes. Das betrifft am Ende genauso die Medienarbeit. Und das passt zu dieser Pressekonferenz hier im Raum. Da können keine Medienvertreter mehr sitzen. Am Spieltag ist nur noch die Pressetribüne geöffnet. Auch da steigen wir auf eine digitale und virtuelle Pressekonferenz um. Wir bieten keine physischen Interviews mehr an, sondern haben komplett auf Telefoninterviews umgestellt. Also wir geben unser Bestes, um jeden Einzelnen zu schützen. Wissen aber auch, dass das unmöglich ist, es komplett auszuschließen. Die nächste Frage würde ich in diesem Zuge gleich mit beantworten. Welche Ergebnisse hat der letzte Corona-Test gebracht? Und wann ist der nächste vorgesehen? Der letzte war am Mittwoch, korrekt? Am Dienstag. Die Ergebnisse waren gestern, am gestrigen Mittwoch. Die Ergebnisse waren allesamt negativ. Und meiner Meinung nach steht der nächste Test morgen, einen Tag vor dem Spiel an. Korrekt, Markus? Korrigiere mich gern. Okay, dann springen wir mal wieder im Thema zum sportlichen Bereich. Auch wenn das inhaltlich eine kleine Achterbahnfahrt jetzt ist. Markus, wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach den zwei Niederlagen zuletzt in der dritten Liga? Ja, Niederlagen sind nie gut. Wir wollten viel gut machen nach dem Spiel gegen Zwickau. Wussten wir, dass wir kein gutes Spiel gemacht haben und nicht das geliefert haben, was wir liefern können. Und wir sind nach Ingolstadt gefahren, um einiges wieder gut zu machen. Und das ist uns dann leider nicht gelungen, weil wir dann auch in Unterzahl waren, über 86 Minuten. Wir hatten am Ende die Chance, um möglicherweise einen Ausgleich zu machen. Wir haben da, glaube ich, passabel gespielt in Unterzahl. Aber leider haben wir unser Ziel nicht erreicht. Und das nagt natürlich. Und gerade so Anfang der Woche sind Niederlagen immer schwerer zu verdauen. Und das hat dann schon Tage mehr gedauert, auch die ganzen Umstände zu verdauen. Und dann ging Stück für Stück aber der Blick wieder hoch und auch der Fokus Richtung Meppen, weil wir natürlich diese kleine Niederlagenserie auch jetzt beenden wollen. Die Frage kam von Sven Geißler und die Nächste auch. Bisher gibt es kein offiziell klar definiertes Saisonziel. Sollte man sich eins setzen, fragt Sven Geißler, das vielleicht nicht direkt Aufstieg heißt, um der Mannschaft etwas Druck zu nehmen. Andererseits sagen alle Spieler, sie wollen aufsteigen, also müsste sie mit dem Druck umgehen können. Oder was sagst du als Cheftrainer dazu? Ja, wir wollen das Bestmögliche rausholen. Und natürlich, wenn du in der Saison startest und einen gewissen Anspruch hast, dann verneine ich nicht, dass wir am Ende mit oben stehen wollen. Dass es viele Unwägbarkeiten gibt, dass man nicht alles planen kann und dass es ein weiter Weg ist, das wissen wir. Und deswegen, ja, glaube ich, macht es auch keinen Sinn, das herauszuposaunen. Aber natürlich haben wir einen gewissen Anspruch hier, den wir auch kundtun. Und deswegen sind wir mit dem, was wir bisher geleistet haben, natürlich auch nicht komplett zufrieden. Und diesen Druck, der nun mal da ist, den müssen wir aushalten können. Und man muss trotzdem in der Lage sein, seinen Fußball zu spielen. Wir sind da auf dem Weg. Es ist auch jeder anders. Ich glaube nicht, dass jeder Druck spürt, der ein oder andere vielleicht. Wir haben schon eine junge Truppe, gerade jetzt auf dem Platz mit den vielen Verletzten, die wir haben. Wir hatten ständig wechselnde, vor allen Dingen Außenverteidiger und ständig wechselnde Formationen. Da glaube ich schon, dass man sich immer wieder einspielen muss, dass auch Leute, ja, dass man immer wieder so ein bisschen vorm Neuanfang steht. Dann spielt Kulke, dann hat Renzi gespielt, dann kam Robin wieder rein, dann wieder Kulle, dann Renzi. Und links war es jetzt auch immer mal wieder ein Auf und Ab, sodass wir eigentlich immer wieder vor dem Punkt stehen. Nein, wir starten immer wieder neu. Aber es kann so Phasen geben in der Saison und wir müssen jetzt trotzdem sehen, dass wir funktionieren, dass wir die Ergebnisse hinbringen und diesen Druck, den lasse ich da nicht gelten, sondern wir sind alle hier und wir sind alle da, um damit umzugehen. Wir wussten, was es bedeutet, für Dynamo Dresden aufzulaufen. Und diesen Druck, dem stellen wir uns. Es wäre viel schlimmer, wenn du keinen hattest oder wenn keiner was von dir erwartet. Wäre es auch nicht schön. Von daher versuche ich, die Jungs zu stärken. Auch da, wo ich möglicherweise sehe, dass es da noch Entwicklungsbedarf gibt. Das kann bei so einem einen oder anderen Jugendspieler so sein. In der Jugend war es noch egal, ob du Vierter, Siebter oder Zwölfter bist. Das ist jetzt hier nicht egal. Das heißt, die Jungs müssen auch lernen, zu performen und müssen lernen, auch zwingender und gefährlicher zu werden. Und das gilt hier für Rensford genauso wie für alle anderen. Diese Jugendzeit ist jetzt vorbei. Es gilt jetzt zu wissen, das Ergebnis ist am Ende entscheidend. Und dafür muss ich in gefährliche Situationen kommen. Und dem stellen wir uns und daran arbeiten wir. Und diesen Druck, den lasse ich nicht zu. Wird Rensford wieder in der Abwehr aushelfen müssen? Und wie schätzt du seine Entwicklung generell ein? Fragt Sven Geisler. Ja, das war, ich musste natürlich schnell reagieren. Am Wochenende gibt es Dinge, die kann man als Trainer nicht vorhersehen. Ich hatte immer mal im Kopf, weil ich natürlich schon auch im Voraus denke und weiß, wenn ein Rechtsverteidiger ausfällt, was mache ich, wenn der Zweite ausfällt. So, dass ich das schon im Kopf hatte, was ich möglicherweise machen würde. Ich spiele vorher eigentlich alles einmal durch. Und da war dann schon die Idee, okay, er ist ein schneller Mann. Wenn er mal schlecht steht, dann weiß ich, er holt sie wieder ein. Und das hat er ja auch gemacht und er hat das ordentlich gemacht, finde ich. Dafür, dass er sich bisher damit noch gar nicht auseinandersetzen musste, hat er ein ordentliches Debüt auf der Position gegeben. Er ist ein offensiver Mann. Meine Idee ist eher eine andere auf der Position. Wir haben andere Möglichkeiten mit Kevin Ehlers möglicherweise. Man kann Paul Wittl nach links stellen und Joni vielleicht nach rechts. Auch Max Großer ist eher ein Innenverteidiger, der aber auch so wie Ehle möglicherweise rechts spielen kann. So, dass Wensford ist natürlich ein offensiver Mann, den sehen wir vorne. Aber er hat das gut gemacht. Und zu seiner Entwicklung, ich bin froh, dass er den Vertrag verlängert hat. Er hat sehr gute Anlagen. Er ist eigentlich gerade aus der Jugend raus und hat dafür bisher ordentliche und gute Auftritte hingelegt. Aber das, was ich gerade schon gesagt habe, gilt für ihn. Es muss ja den nächsten Schritt gehen. Für ihn und auch für uns, auch in torgefährliche Situationen zu kommen, Tore vorzubereiten, Tore zu machen, ekliger zu sein, den Gegner mehr zu ärgern. Das Talent hat ihn hier hingebracht. Und jetzt gilt es einfach weitergehen. Zu wissen, naja, der Weg hat gerade sein. So, jetzt haben wir viel über dich gesprochen, Renzi. Wir haben Zeit, dass wir dich auch mal wieder hören. Sven Geisler fragt. Du hast dich auf der neuen Position gleich gut präsentiert. Als du ins kalte Wasser als Rechtsverteidiger geworfen wurdest. Hast du in deinem Leben schon mal Abwehr gespielt im Jugendbereich? Bei Hertha BSC oder auch bei Dynamo Dresden? Ich habe mal in der 15 bei Hertha ein paar Spiele auf der Rechtsverteidiger-Position gespielt. Da hat mich Zecke manchmal hingestellt, da er der Meinung war, dass ich meinen ersten Kontakt verbessern soll. Also der wollte mir halt damit helfen und hat mich dann ein paar Spiele auf die Position dann nochmal gestellt. Das heißt, du hattest Vorkenntnisse? Ein wenig. Du hast bislang nur gegen Zwickau nicht gespielt. Fühlst du dich bereits als Stammspieler? Vorsicht, der Cheftrainer sitzt direkt neben dir. Nein, ich bin immer auch ein junger Spieler. Ich freue mich über Spielzeit, wenn es dazu kommt. Noch glücklicher, wenn ich von Anfang an spiele. Aber ich bin glücklich über jede Minute, die ich bekomme. Deshalb noch nicht. Wir bleiben bei den Fragen von Sven Geisler. Wie beurteilst du deine Entwicklung im zweiten Jahr bei den Profis? Du hattest ja deinen ersten Einsatz unter Markus Koczynski in Nürnberg, damals in der zweiten Liga, tief im Dezember. Wie beurteilst du deine Entwicklung seitdem? Ich glaube, ich habe mich mittlerweile an den Männerbereich langsam gewöhnt. Ich verbessere mich immer mehr und mehr. Natürlich, wie der Trainer schon gesagt hat, muss ich an meine Abschüssen, zu Torschancen kommen, muss ich verbessern. Aber im gesamten Jahr habe ich mich eigentlich gut entwickelt. Ich spiele, ich kriege ja nicht umsonst die Minuten dann. Mama und Papa, das steht zwar Zini auf dem Zettel, aber die fiebern in Berlin mit. Die fiebern in Berlin mit, ja. Markus, kommen wir zurück zu dir. Die Frage kommt nochmal von Sven Geisler. Dann kommen wir zu anderen Kollegen. Worauf legst du als Trainer besonderen Wert, um Talente wie Ransford fördern und entwickeln zu können? Ja, es gibt keine Geschenke. Und das ist, glaube ich, wichtig. Ein junger Spieler hat am Anfang immer noch mal so ein bisschen Welpenschutz. Da guckt man eher immer noch mal drüber weg. Aber da bin ich kein Freund von, sondern die Spieler müssen wissen, wo sie stehen. Die Spieler müssen wissen, woran sie arbeiten müssen. Und die müssen auch wissen, wenn es gerade nicht reicht, dass es gerade nicht reicht. Also ich bin da sehr ehrlich mit im Umgang, weil sonst gibt man den Spielern keine Möglichkeit, sich zu verbessern. Und gleichzeitig gilt es, Geduld zu haben und zu wissen, dass Entwicklung nicht immer von Tag auf Tag geht und nicht per Knopfdruck geht, sondern dass Dinge manchmal Zeit brauchen. Und auch gerade diese physische Entwicklung, das höhere Tempo, die höhere Intensität an Zweikämpfen, die härtere Gangart, das ist schon etwas, woran sich ein Spieler gewöhnen muss. Und da muss man auch Zeit geben und gleichzeitig, glaube ich, muss man fordern, einfordern, dass ein Spieler das erkennt und sich wehrt und diese Schritte auch geht. Und da, ja, es ist beides so ein bisschen, mal Geduld zu haben und Verständnis zu haben, aber genauso auch zu fordern und auch voranzutreiben. Weil ohne diesen Fortschritt dann wird es am Ende nicht funktionieren. So, wir kommen zum Kollegen Tim Schlegel von der BILD in Dresden. Er hat folgende Frage zugeschickt. Ist es eine Option, Markus, gegen Meppen von Beginn an mit zwei Stürmern bzw. der Doppelspitze Horsina da ferner zu spielen? Er schreibt, als da ferner in Lübeck eingewechselt wurde, fiel über das Duo prompt der Siegtreffer. Ist das eine Überlegung für dich? Ja, das ist eine Überlegung. Wir machen uns Gedanken. Natürlich lügen die Zahlen am Ende nicht. Wir wissen, dass wir gefährlicher werden müssen. Wir haben, glaube ich, viele gefährliche Situationen gehabt und aus diesen Situationen auch mehr rausholen müssen. Und da machen wir uns natürlich Gedanken. Wir haben schon hier und da gewechselt. Der eine oder andere ist natürlich dann auch nach vier, fünf Spielen am Stück vielleicht ein bisschen müde. Und natürlich ist auch Chris eine Alternative, weil er gefährlich sein kann, weil er natürlich auch über den Körper, über eine Wucht verfügt, die uns gut tun kann. Und von daher mache ich mir natürlich auch darüber Gedanken, wie wir unsere torgefährlichsten Leute zusammen auf den Platz kriegen. Renzi, zu dir. Tim Schlegel von der BILD in Dresden fragt dich, du zählst immer noch zu den jüngsten Spielern im Kader, inzwischen aber schon auch zum Stammpersonal im Drittliga-Kader. Ist die Aufregung vorm Spiel geringer geworden? Ja, ich denke schon. Also wenn ich das vergleiche mit meinem ersten Spiel damals gegen Nürnberg, da hat mein Herz gebrocht, wie was weiß ich. Ist sie besser geworden? Ja, also natürlich bin ich immer ein klein wenig aufgeregt, habe Schmetterlinge im Bauch. Aber sonst ist es eigentlich besser geworden. Schmetterlinge hätte ich auch gerne mal wieder im Bauch. Die sollen noch bleiben. Ja, die sollen ein Leben lang bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Passt zum Thema Schmetterlinge im Bauch. Die nächste Frage von dem Kollegen Tim Schlegel. Was ist es für ein Gefühl, bei Dynamo im Profifußball angekommen zu sein? Und lebst du gerade deinen Traum, den du vielleicht als kleines Kind mal hattest? Ja, ich lebe meinen Traum. Es ist ein schönes Gefühl, mit dem Dynamo-Drücker aufzulaufen. Natürlich wäre es noch schöner, wenn 30.000 da wären. Das konnte ich alleine nicht richtig miterleben. Aber ja, so habe ich es mir vorgestellt, als ich klein war und jetzt in Erfüllung gegangen. Schwierige Frage, da hören alle Fans genau hin. Berlin oder Dresden, wo lebt es sich besser? Wo fühlst du dich wohler? Beides ist schön. Also, momentan halte ich mich ja sehr viel in Dresden auf. Ich fahre auch gar nicht mehr so oft nach Berlin, weil das ist für mich jetzt auch langsam mein Zuhause hier. Natürlich ist Berlin schön, hat viele Aktivitäten, sage ich mal. Aber Dresden ist genauso schön. Die Altstadt, alles drumherum. Lukas Böhme vom Kicker fragt, Thema junger Spieler, das haben wir alles schon besprochen. Aber eine allgemeine Frage von ihm, inwiefern hat sich vielleicht auch dein Leben verändert, seitdem du Teil des Profikaders bist? Stellst du irgendwelche Veränderungen fest? Bist du anders wahrgenommen? Wie reflektierst du das? Ja, viele Fans schreiben mir auf Insta. Und sonst, ja, oft, oder manchmal habe ich halt frühes Training und danach frei, während meine Freunde nach zur Schule gehen. Da ist mir manchmal immer ein bisschen langweilig zu Hause. Aber sonst, jetzt keine großen Veränderungen. Natürlich gehe ich nicht mehr zur Schule. Das ist die schönste Veränderung, wenn ich das richtig interpretiere. Aber, ne, sonst hat sich jetzt nicht krass verändert. Also, dich sprechen nicht mehr Leute in der Stadt an oder sagen, es ist doch hier der Dynamo-Spieler oder so? Nein, nein. Manchmal gucken die mich ein bisschen komisch an. Nicht komisch, aber... Ging vielleicht daran, weil du erkannt wirst. Ja, aber angesprochen werde ich jetzt nicht so oft. Okay. Mit Christoph daferner habt ihr einen robusten, körperlich starken Spieler in euren Reihen. Mit Philipp Hossina lebt ein Spieler unter anderem von seiner Spielintelligenz und von seinem Torriecher. Welche Dinge kannst du dir von diesen beiden sehr unterschiedlichen Spielertypen für dein eigenes Spiel abschauen? Fragt Lukas Böhme. Traurig auf jeden Fall. Die beiden haben ja schon getroffen, ich noch nicht. Also, ja, und sonst insgesamt, ja, man merkt schon, dass Rosi zum Beispiel erfahren ist. Der geht manchmal anderer Laufwege, als ich sie machen würde. Aber, ja, die helfen mir auch immer im Training. Ich denke, der Ferner versucht mir auch viel zu helfen. Der ist robust. Der ist auch technisch sehr stark. Ja. Frage ist beantwortet. Dynamo's erklärtes Ziel ist es, so schnell wie möglich zurück in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Welche persönlichen Ziele hast du für dich, für die nähere Zukunft, für die nächsten drei Jahre? Natürlich auf viel Spielzeit zu kommen. Auch aufzusteigen in der zweiten Bundesliga. Dann viel Spielzeit zu bekommen. Ja, aber sonst, also, geht es jetzt erstmal darum, dass wir anfangen, wieder zu gewöhnen. Und, ja. Du hast schon gesagt, das erste Tor nimmst du dir fest vor. Wann ist es so weit, fragt Jens Umbreit von Radio Dresden. Das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es gegen Meppen jetzt klappt. Aber, ja, also ich mache mir jetzt keinen Druck oder so. Ich will schon, dass es kommt, aber erzwingen kann ich es jetzt auch nicht. So, kommen wir zu Dirk Löppelt von der Dresdner Mogenpost. Die Frage geht an dich, Markus. Es geht wieder um die Position des Außenverteidigers und der Ausfälle, beziehungsweise Sperren, die wir jetzt zuletzt hatten. Wäre Kevin Ehlers als gelernter Innenverteidiger für dich auch eine Option für diese Position? Die Frage habe ich schon beantwortet, dass in meinen Überlegungen eine Rolle spielt, war mit dem Training. Wir haben nochmal alles ausprobiert. Ich meine, ich habe nochmal angefangen, noch Ehlers einspielt. Wir haben schon, ich habe noch zwei Tage Zeit, aber ich spiele das schon in meinen Überlegungen auch eine Rolle. Jochen Leimert von der Dresdner Neueste Nachrichten. Auch an dich die Frage, Markus, wie groß ist die Erleichterung, dass die Profi-Teams um November zumindest weiterspielen können, wenn auch ohne Publikum? Ja, die ist froh, jetzt einen wirklichen Lockdown zu haben. Das bedeutet ja auch meistens, sich trainieren zu können, so wie es beim letzten Mal war. Das war natürlich auch nicht gut und für den ganzen Fortlauf und du wirst rausgerissen. Das sollten wir, ja, wir haben es nicht in der Hand, aber wir hoffen, dass es so bleibt, dass wir zumindest spielen können, dass wir im Rhythmus bleiben können. Wir werden nun mal alle zwei Tage getestet, von daher sollte dem auch nichts im Wege stehen. Ich schiebe mal eine Frage ein von Sven Geißler, da geht es um den Nachwuchs. Er fragt, wie geht es für den Nachwuchs weiter, darf er trainieren und spielen? Dazu habe ich mir vor der PK noch kurz eine Information eingeholt. Also es ist so, dass der NOV bzw. der Sächsische Fußballverband sich bis jetzt dazu noch nicht positioniert hat, aber der DFB hat alle Vereine aufgefordert, eine Position zu beziehen, was Trainings- und Spielbetrieb angeht. Und das werden wir zuarbeiten. Wir rechnen damit im Laufe des heutigen Tages bis zum Abend mit einer Entscheidung, wie es weitergeht, ob am kommenden Wochenende im Nachwuchs gespielt wird oder nicht. Und wenn wir darüber Bescheid wissen, konkret werden wir es auch über die Vereinsmedien und per Pressemitteilung kommunizieren. Springen wir zurück in den sportlichen Bereich. Jochen Leimert mit der nächsten Frage. Markus, glaubst du, dass die Bevölkerung Verständnis dafür hat, dass Profi- und Freizeitsport unterschiedlich behandelt wird? Ja, weil es etwas Unterschiedliches ist. Wir sind hier abgeschottet. Wir kommen hier nicht mit anderen in Berührung. Da sind strenge Auflagen, die hier wirklich gefahren werden und die kontrolliert werden. Und auch dann Richtung Stadion, dann, glaube ich, kann man das nicht vergleichen. Und da ist ein Unterschied und den sollte man auch wahrnehmen. Auch auf die Gefahren, dass du es schon beantwortet hast. Wie weit ist Robin Becker mit seinen Oberschenkelproblemen, fragt Jochen Leimert. Ja, bei Robin ist es nicht die Stelle, die war, sondern es ist drüber ein bisschen so ein Belastungsding gewesen. Er hat noch so ein bisschen Probleme. Wir hoffen, dass er über das Wochenende, dass wir das wegkriegen und dass er Anfang, Mitte der Woche voll einsteigen kann. Das ist unsere Hoffnung. Aber sicher sein können wir uns ja letzten Endes nicht bei so einer muskulären Sache. Ja, da gibt es keine hundertprozentige Garantie. Die Mannschaft schießt insgesamt zu wenige Tore, meint Jochen Leimert. Wie erklärst du dir das, fragt er dich als Trainer. Ja, wenn man sich das anschaut, dann sieht man immer mal wieder falsche Entscheidungen. Auch wenn wir das in der Videositzung analysieren, dann kommen wir in gefährliche Bereiche. Und dann der letzte Ball, der vorletzte Ball, nicht immer der letzte, auch der vorletzte Ball. Oftmals die falsche Entscheidung, ein Ball, den man lang spielen kann, in den Raum spielen kann, ein Spiel über kurz und im nächsten Moment umgekehrt. Diese Entscheidungsfindung, die ist noch nicht gut genug. Und dazu kommt, dass wir natürlich auch immer wieder Wechsel hatten. Das heißt, dass wir immer wieder auch Wechsel zum Beispiel am Flügel hatten, in den Situationen über Außen. Man hat gemerkt, dass Agi und Kulle sich dann auch Zeit brauchten, sich einzuspielen. Und dass es immer besser wurde. Ja, war dann Robin wieder da. Dann war der wieder angeschlagen. Dann wieder Kulle und Dings genauso. Jetzt mit Joni, erst die Karte. Dann hat man gemerkt, die Jungs sind auf dem Weg. Und der Saisonanfang hat man gemerkt, dass das da eine gute Harmonie ist. Und dann kamen immer wieder Dinge dazwischen. Also wir sind an dem Punkt, uns wieder noch besser einzuspielen. Und diese Entscheidung im letzten Drittel besser zu treffen. Und diese letzte Annahme nochmal, auch diese letzte Entscheidung und dieses letzte Zwingendsein einfach besser zu machen. Und da sind wir dran. Wir wissen das, wir wissen das selber. Und wir haben das erkannt. Natürlich auch schon eher, ist ja nicht neu. Wir arbeiten dran. Aber ich weiß natürlich auch, dass das nicht immer alles auf Knopfdruck geht. Und dass man nahe auch nicht zu viel Druck draus machen darf. Weil eine gewisse Lockerheit und ein gewisser Spielwitz vorm Tor muss dann auch da sein. Diesen letzten Ball noch zu sehen und dann auch technisch umzusetzen, erfordert dann auch eine gewisse Lockerheit. Und wir versuchen, Dinge zu bearbeiten und gleichzeitig nicht zu verkrampfen. Jochen Leimert, mit der nächsten Frage an dich. Die Kellerkinder scheinen Dynamo bisher zu liegen gegen Lautern. Magdeburg und Lübeck wurde gewonnen. Passt der SV Meppen nicht nur von seiner Tabellenposition, sondern auch von seinen sportlichen Möglichkeiten in diese Kategorie? Ja, kann man jetzt alles noch nicht sagen. Ich glaube, es ist immer noch jung in der Saison. Es waren viele enge Spiele, auch bei Meppen dabei. Es ist fast wie in jeden Spielen. Kann ich anhalten und sagen, wenn da Meppen das Tor macht, kann ein Spiel in die andere Richtung kippen. Genauso wie bei uns gab es immer wieder Momente, auch die Spiele, die wir verloren haben, wo ein Spiel in die andere Richtung kippen kann. Und in jede Richtung fast. Deswegen sehe ich dann im Moment ein breites Feld an Mannschaften, wo jeder dann am Ende landet. Keine Ahnung. Wir haben gezeigt, dass wir was können, dass wir aber auch noch nicht konstant sind. Und darum ringen wir, darum kämpfen wir. Und dann ist der Gegner, das wird man am Ende sehen, wo die dann stehen und was die dann können. Zum jetzigen Zeitpunkt immer schwer zu sagen. Auch die letzte Woche gegen Ingolstadt. Die waren in Überzahl und haben uns trotzdem spielen lassen. Und haben auf Konter gelauert. Also man kann nicht immer alles voraussagen. Und wir sind gut damit gefahren oder fahren gut damit und werden gut damit, fahren auf uns selber zu schauen und unser eigenes Ding zu machen. Der Chef-Drener Thorsten Frings des Gegners ist gesperrt am Samstag mit einer roten Karte. Er muss das Spiel von der Tribüne aus verfolgen. Darauf zieht die nächste Frage von Jochen Leimert ab. Wie würdest du es mit Heiko Scholz handhaben, wenn du mal ein Innenraumverbot aufgebrummt bekämpfst für ein Drittligaspiel? Mittlerweile ist man eh verbunden. Man hat jemanden oben sitzen, ist mit den Leuten unten verbunden. Das wäre dann die Verbindung. Ansonsten vertraut man natürlich seinem Staff, seinem Team. Und der Vorteil am Lernstein ist, ich glaube, man wird ihn trotzdem hören. Hast du das als Trainer schon mal erlebt, dass du auf die Tribüne geflogen bist, beziehungsweise im folgenden Spiel gesperrt warst? Es ist ja selbst dem Bundestrainer Joachim Löw schon passiert, sagt Jochen Leimert. Ich muss überlegen. Also auf die Tribüne bin ich auf jeden Fall schon mindestens zweimal, kann ich mich daran erinnern, dass ich während des Spiels auf die Tribüne gegangen bin. Komplett gesperrt worden danach. Ich habe schon so viele Spiele gehabt. Nein, glaube ich nicht. Aber ich bin schon natürlich schon auf der Tribüne gelandet, klar. Solltest du es vergessen haben, die Kollegen werden es herausfinden und dann morgen schreiben. Nach dem Spiel in Ingolstadt war deine Wut groß, der Wunsch nach Wiedergutmachung stark. War die Stimmung beim Training in dieser Woche angespannter als sonst? Wie hast du das wahrgenommen, als Cheftrainer fragt Jochen Leimert? Ja, Anfang der Woche ist das natürlich so, dass man so eine Niederlage mit sich rumträgt und dass das noch nagt und dann geht der Blick aber nach vorne, weil Nachhaken bringt dann nichts. Wir haben Grund gehabt, uns über uns selber zu ärgern, weil die Entstehung des ersten Tores natürlich bei uns liegt, das wissen wir. Aber natürlich hat man auch das Gefühl, wenn ich die zweite Aktion sehe, wo Marvin gefoult wird, wo man ganz klar sagen muss, das war ein Elfmeter. Ja, manchmal steht ein Schiedsrichter schlecht, das hilft dir im Moment nicht. All das Verständnis, was vielleicht drei Tage später da ist, das hilft dir in dem Moment nicht. Wenn du das Gefühl hast, du hättest das verdient gehabt und das war ein klarer Elfmeter, dann will man den auch einfordern, weil dann einfach Emotionen da sind. Und ja, letzten Endes weiß man, oder wie soll ich sagen, wenn man die Schiedsrichter oder die Videoassistenzentscheidung sieht und warten muss, dann sitzt man auf dem Sofa manchmal und denkt, Mensch, jetzt macht hin. Und wenn man dann so Situationen sieht, dann denkt man, wäre das jetzt in der dritten Liga, hätten wir das Elfmeter bekommen und das wäre ein Stückchen gerechter gewesen. So, ein Hinweis an die Kollegen daheim, an ihren Rechnern oder Mobiltelefonen. Ich würde jetzt noch zwei Fragen beantworten. Die eine zur Mitgliederversammlung und die andere zum Sachsenpokalspiel gegen Interleipzig. Wenn sich bis dahin noch irgendwelche sportlichen Fragen ergeben, beantworten die wir gerne noch. Dann bitte ich euch, dass ihr die mir kurz aufs Handy in die WhatsApp-Gruppe stellt. Ansonsten gibt es dann zum Abschluss noch die Informationen zum Spiel. Sven Geisler hatte die Frage zuerst geschickt. Ein anderer Kollege hat sie dann ähnlich formuliert. Wird die Mitgliederversammlung digital durchgeführt oder gegebenenfalls verschoben? Welche Möglichkeiten gibt es dafür? Wir befinden uns dazu intern seit geraumer Zeit im Austausch mit dem Präsidium, mit der Mitgliederabteilung, unserer technischen Abteilung und Dynamo TV. Wir prüfen bisher eine Hybridlösung, also ein Mix aus Anwesenheit und digitaler Übertragung. Da ist noch keine Entscheidung gefallen. Das hängt auch explizit damit zusammen, was gestern im Zuge der Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz mit Angela Merkel beschlossen wurde. Wir warten jetzt die Corona-Schutzverordnung ab, die vom Freistaat Sachsen in den nächsten Tagen dargelegt wird, inwieweit die überarbeitet wurde, was dann überhaupt noch möglich ist. Wir müssen davon ausgehen, dass wir nur digital veranstalten wollen. Das klare Ziel des Vereins ist, die Mitgliederversammlung nicht zu verschieben, sondern durchzuführen. Das bringt aber einige Herausforderungen mit sich, wie zum Beispiel die Wahlen. Es gibt keine Briefwahl mehr, die wurde vor einigen Jahren abgeschafft. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das lösen. Da gibt es Ideen, ganz konkrete Ideen schon dazu, die wir dann kommunizieren, wenn wir da alle Herausforderungen aus dem Weg geräumt haben und eine Klärung herbeigeführt haben. Das findet aber just in diesen Momenten statt und sollen in den nächsten Tagen finalisiert werden. Es stehen unter anderem die Wahlen zum Präsidium Ehrenrat und Jugendrat an. Also das ist eine wichtige Veranstaltung für den Verein. Deswegen kommt für uns auch eine Verschiebung nicht infrage, weil niemand weiß, wie sich die Entwicklung weiter abzeichnet. Ob es im Frühjahr eine deutliche Verbesserung gibt, ob dann wieder Veranstaltungen mit Präsenz der Menschen möglich ist oder nicht. Deswegen wollen wir uns auch in diesem Bereich jetzt zukunftsfähig machen. Das ist ein Thema, das Virus und die Pandemie, die uns womöglich noch Monate oder Jahre bekleidet. Von daher sehen wir keinen Sinn darin, die Mitgliederversammlung zu verschieben. Ich hoffe, dass ich die Frage damit einigermaßen beantwortet habe. Sobald wir, wie gesagt, da uns konkret entschieden haben, werden wir das auch kommunizieren. Die zweite Frage geht zum Sachsen-Pokalspiel gegen International Leipzig. Ob die Spieler getestet werden? Ich kann das wie folgt beantworten. Wir stehen dazu im Austausch mit dem Sächsischen Fußballverband. Wir werden das einfordern, dass der Gegner mindestens zweimal getestet werden muss vor dem Spiel. Ansonsten kommt es für uns in der aktuellen Situation, das hat auch was mit Schutz unserer Mitarbeiter, Spieler, Trainer zu tun, nicht infrage zu spielen. Das weiß der Sächsische Fußballverband und ist da auch eine Lösung, sucht eine Lösung derzeit. Und die werden wir sicherlich finden, um das Spiel stattfinden lassen zu können. Es ist ja ohne Zuschauer in Togau geplant. Von daher sollte das möglich sein. Auch da wird der Sächsische Fußballverband an uns kommunizieren und wir es dann bekannt geben, sobald es final entschieden ist. So, jetzt zum Abschluss. Es sind keine weiteren Fragen dazugekommen. Deswegen schließen wir jetzt den Teil der Fragen und wir kommen zu den Infos zum Spiel. Anstoß ist am Samstag, 31. Oktober 2020 um 14 Uhr im Rudolf-Habisch-Stadion. Die Stadion-Tore öffnen um 12.30 Uhr. Der WIP-Bereich öffnet ebenfalls um 12.30 Uhr. Wir werden nochmals 999 Zuschauer zulassen. Und dann wird mindestens ein Monat Pause sein nach jetzigem Stand. Wir standen dazu im Austausch mit den Behörden, dass das möglich ist, da die neuen Verordnungen und Beschlüsse, die gestern getroffen wurden, erst ab November Gültigkeit haben. Und wir bisher, das habe ich vorhin schon ausgeführt, sehr positive Erfahrungen mit unserem Konzept und der Infrastruktur in unserem Stadion gemacht haben. Deswegen steht für uns auch nichts im Wege, nochmals tausend Leute ins Stadion zu lassen. Und die mit großem Abstand zu verteilen, Mundschutz, die ganzen Hygieneregeln, die haben wir mehrfach kommuniziert. Da werden wir auch nicht müde, das zu betonen. Das werden wir auch im Vorfeld dieses Spiels machen. Die erste Verkaufsphase startet am morgigen Freitag. Die Tageskassen am Limit-Nehplatz öffnen um 10 Uhr am Spieltag. Wenn es zu dem Zeitpunkt keine Tickets mehr geben sollte, können dort noch die Tickets aufgewertet werden, beziehungsweise das Stadionheft Greisel gekauft werden. Das gibt es auch im Fanshop des Stadions. So, das war es von meiner Seite. Zum Nachwuchs, wie gesagt, werden wir dann kommunizieren, wenn wir wissen, dass gespielt wird. Deswegen lasse ich das Nachwuchs-Wochenende jetzt erst mal unter Vorbehalt aus und warten den heutigen Tag ab. Wir drücken die Daumen, dass alle spielen. Vielen Dank an Steffen Kuttner, der hier diese Übertragung in großartiger Weise möglich gemacht hat. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank, Lennart. Vielen Dank, Markus und Renzi, dass ihr da wart. Tschüss und viel Erfolg am Samstag gegen Meppen. Vielen Dank, Markus.